Wieso muss ich so viel Leid erfahren, bevor ich mir gewinne? Ich verstehe es nicht, Leute. Als ob irgendjemand von dem Zuschauer noch an mich geglaubt hat. Die haben alle gesagt, hör auf mit GTA, du kannst nichts mehr. Du konntest nie was. Du musst auch noch eine Runde, Dina. Hä? Du musst, glaube ich, immer noch eine Runde, oder? Was? Echt? Noch eine? Drei Runden? Fuck! Ah, hallo, liebe Seidens, wir kommen wieder zu einem weiteren Teil GTA Online Action. Wir fangen direkt an mit einer geilen Spirale, sind aber unterwegs mit unserer GTA-Crew, dem Dina. Hallo, mein Junges. Dem Mabossa. Jo, was geht? Und dem Team-Praktikanten-Dekonstruktivisten. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Leute. Wenn der, also wirklich, wenn der GTA-Gott heute keine Bar mit mir hat, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich habe eine richtige Durststrecke. Ich werde jetzt heute ein Bar machen. Da fällt schon irgendwie eine Scheiße runter, was auch immer das ist, ja? Ich habe schon ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein Hindernis. Die ganze Folge die Triad-Brille aufsetzen. Ey, hasse dich. Die ganze Folge habe ich jetzt Triad-Brille auf. So, ihr müsst auf jeden Fall den Ziegenmann beschwören mit menschlichen Opfern. Nein! Ja, gut gemacht, ey. Ach, Tickro, Mann. Alter, habe ich dich nice erwischt. Habe ich Kevin nice erwischt, oder was? Wollte. Ja, dafür wirst du dem Ziegenmann noch einigen Triad-Brille zahlen müssen. Das war das Ziegen-Obser vom vierten Ziegenmann. Ey, Spawnschutz. Nein, du hast keinen Spawnschutz mehr. Nein, 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 nein. Bam, Junge. Das ist fucking Punkt sogar, Käfer. Was? Fuck'n Face, Alter. Bam. Ey, Dic, der dreht ab, der Ziegenmann ist mit mir. Und zieh dich. So, hier auf Controller umgestellt. Mann, Käfer. Triad-Brille kannst du nichts tun, Alter. Die dreht dir den Zaffen ab. Die wird die ganze Zeit rumgebälzt. Und jetzt geht's hier, Alter, das ist ja ein Oberaffen geil hier schon wieder. Hopp. Traumen wir die Nüsse. Ist das geil, ist das sexy. Traumen wir die Nüsse, Dic, das ist die Spirale am Spitz-Lort, Leute. 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 Wo gehst du denn da hoch? Es ist mit der Tri-Hard-Brille auch der First-Try, so wie ich das sehe, super. First-Try auch von mir. Hä, wo muss man beim War-Ride raus, oben? Ja. Alter. Wie ich mich durch? Nein, ich wollte gerade zünden. Ja. Es war die Sekunde, aber ich hole nicht noch. Alter, wie weit oben man respawnt, das ist doch beschiss. Was war das denn überhaupt für ein Konkund? Das war so Bombe, dass Kev da genau vor mir landet. Alter, ich bin so hässlich. Ich bin so hässlich. Du bist so hässlich. Ich bin so hässlich. Das war nicht schlecht. Ja, wo seid ihr denn gelandet, Leute? Ey, so kacke. Ich muss die Hauften gelandet. Ey, ich bin letzter jetzt, weil ich so weit nach hinten fahren musste und oben im Himmel respawned bin. Ey, das hast du sowas von verdient. Verarsch mich nicht, Alter. Die Tri-Hard-Brille, das ist der Pfund. Nein. Egal, scheiß drauf. Ich habe gesagt, die ballt die an, ich ballt die auch an. Komm her, Mister. Wenn du wissen willst, was ein Fluch ist, Kev, dann frag mich lieber nicht. So, jetzt wird rasiert, Alter. Oh, nee. Seriously? Weiter? Ey, ganz im Ernst. Der, die, der Fluch der Tri-Hard-Brille. Hä, wieso bin ich jetzt der Erste? Wie kann das sein? Hat irgendjemand irgendeinen Fehler gemacht? Ich würde die am liebsten runterreißen, ne? Ja, ich bin gesprungen, aber ich bin oben geblieben. Ganz ehrlich, das ist doch alles eine Verschwörung von dem Scheiß. Gott, der mir jetzt die ganze Zeit irgendwie einen ersten Platz zuschustern will. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Wahrscheinlich einen Meter vom Ziel wiederzunehmen, ich kenn's doch. Ey, ich dreh gleich durch, da ist ein Ziegelstein. Ich bin von dem Anmarsch-Dehler, ich versuche es. Alter. Was ist das denn das erste Mal? Ja, aber bestimmt nur, weil der komische Ziegenkotter oder GTA oder was auch immer. Alter. Irgendwie mich die Ärgern will und mir den Sieg wieder nehmen will, so kurz vorher. Und er will nur, dass ich jetzt irgendwie so kurz, weißt du, den Sieg hier so schlecken kann. Hör auf zu weinen. Ich weine ja nicht, ich sag nur, was Sache ist. Der Ziegenmann hat den Tri-Hard-Brille so geil verflucht, Alter. Die ist echt... Alter, Deko ist auch so ahead, ey. Ich hab die grad aufgehabt und es geht gar nichts mehr. Was ist denn, er darfst du nicht verspricht schaffen? Hauptsache, ich bin eine Runde hinter dir. Ich bin eine Runde hinter dir. Scheiße. Ich bin eine fucking Runde hinter dir, ne. Was? Und er schnallt mich ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Alter, ich bin falsch. Alter, du hast dein Testament unterschrieben gerade, Alter, ganz ehrlich. Nein, ich bin falsch gefasst, Alter. Ach, please, Alter. Oh Mann, Deko, Mann, wer bist du eigentlich? Ey, ich dachte, das hat er sowas von verdient, Alter. Er hat es einfach nur verdient. Weil er mich... Leute, ich verstehe halt nicht, wieso ich nicht die ganze Zeit mit Controller fahre. Ist viel geiler. Fühl ich viel wohler mit Controller einfach. Das ist das Ding. Man sollte sagen, never change. Ich glaube, die Tastatur, die verbanne ich jetzt. Vielleicht irgendwann mal für so ein Asian Parcours oder so ganz vielleicht mit Motorrads. Aber Tastatur, so GamePetits liegt so schön geil in der Hand. Nein, Foss, Alter. Ich glaube es nicht, ne. Ich bin so weit weg. Ey, der, du musst noch verkacken. Bitte. Ich stehe vorm Ziel, mein Lieber. Was? Ist das ein Ernst? Ich stehe wirklich vorm Ziel, ohne Spaß, ja. Diese verdammte Tryhard-Brille, ne. Die hat alles kaputt. Ey, es ist so schlimm, ich verkackst. Ich könnte schon ins Ziel fahren, ich mach's auch einfach. Und jetzt lande ich hier schmuck. Das war mir zu einfach. Der Ziegengott oder GTR, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch barmherzig geworden und denkt sich, yo, heute darf ich mal zeigen, was ich mir stehe. Alles geschmeidig. Ich verstehe das nicht. Kaum ist die scheiß Brille weg, geht es hier wie von Ziegenhand, Alter. Ey. Das ist genau die Stelle, wo ich verkackt hab. Deswegen ist der Erster geworden. Ne, ich bin Erster geworden, weil ich perfekt gefahren bin. Alles in den Ziel gefahren, der fuck. Du schaffst es doch noch. Oh, du kannst doch ihn überholen. Er hat sich überdreht. Er hat sich... Oh, Folle. Oh, jetzt schafft das nicht mehr. Kev schaffst es nicht mehr. Alter. Oh, wie fies. Wie fies. Ja, der kann sich nicht mal mehr umbringen, glaube ich. Oder? Oder? Ja, klar ist. Ja, klar ist. Das liegt an dieser Scheiß-Bülle, an dieser First-Try-Hard-Bülle. Ohne Witz, wird jetzt verbannt hier. Ich hab so verkackt, so hart konnte man gar nicht verkacken. Korrax. Korrax. In einer Sekunde nichts weiter. Wir sehen uns, Leute, direkt gleich bei der nächsten Map hier. Oh, Alter, was war das denn? Explosion. Ich wollte ihm mal kurz nur sagen, bitte, alle kurz leid. Seid, aua. Man braucht's ja beste Runde. Man braucht's ja beste Runde. Ey, ich glaube, es ist eine beste Runde. Ja, nicht schlecht, ganz nach vorne. Hätte ich nicht gewartet, wäre vielleicht meine, die beste Runde gewesen. Ey, ihr habt das nicht mitgekriegt. Ich hab so hart verkackt. Ich musste respawnen wegen Deko. Dann hast du mich gesehen, Marvin, wie ich oben respawned bin. War auf dem Dach gefangen, bin runtergefallen, explodiert, musste wieder respawnen. Dann hab ich mich verfahren und dann haben mich schon alle überholt. Glaub mir, glaub mir, das kommt nicht an das heran, was ich die letzten vier Folgen erfahren habe. An Leid. Ich bin der letzte Sprung vorm Ziel, wo man über diese Bahn rüberspringt, runter muss. Ja. Ich bin drüber gesprungen, war aber zu langsam, d.h. ich bin oben gelandet und da sind fucking rechts und links überall Wände, dass du nicht runterkommst. Dann musst du ein neues bauen, ne? So, ihr Lieben, zweite Moment des heutigen Tages, ich muss wieder aufholen. Auf jeden Fall haben wir eine Spirale into Halfpipe into Spirale, so würde ich es beschreiben. Es wird, es ist das Gate to Heaven, ganz einfach. Kev, du warst nicht artig. Ich war nicht artig, aber eigentlich, wenn man artig ist, dann ist man gefickt vom Ziegenmann. Du musst böse sein, so wie Deko es ist. Genau. Wie Deko, wie Deko. Was mit mir, was muss ich machen? Mann, ich bin nicht zu nett, bin ich zu böse, ich weiß halt nicht, ja? Ich glaube, du bist zu nett. Du benutzt zu wenige Schimpfwörter und das gefällt dem Team. Okay, scheiße, scheiße. Wie ist nochmal der Song hier, den ihr da gerade gesummt habt, hier mit dem Jan Dings, ne? Otze. Alles klar. Ich glaube, da muss ich einstimmen wahrscheinlich, ne? Fiegel sich. Ah, nicht. Stell dir auf den Radio. Geht euch einfach alle weg und fahr einfach easy, clean, fahr ich da drin hier nach Hause, Leute. Das mach ich wahrscheinlich besser. Alter, guck mal. Kaum hat er mal das S-Wort benutzt, läuft's bei ihm Schmuck. Ne, er ist schon nach vor Schmuck. Ich bin aber, weiß nicht, ich bleib mich selbst treu. Ja. Ost, wer ballert da? Ich schieße sogar an dir vorbei auf Marvin. Versuch mich mal, versuch mich mal zu überholen, ohne mich abzuschießen, Jungs. Ja, das mach ich jetzt gerade, das mach ich jetzt gerade. Okay. Ja, wenn ich nicht von ihm abgeballert werde. Wow. Alter. Ja, schieß mal nicht, ja? Versuchen wir was mal hier zu schaffen. Fair. Fair Play, wer ist denn? Jetzt auf mich schießen. Es war ein Schuss. Es war ein Schuss. Okay, los. Ich hab wirklich nur ein Schuss. Jeder, verzieh dich. Okay. Nein. Warum? Ich hätt's geparkt. 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 I'm so sorry. Der first try. Ey, bitte, Mann, wer war das? Deko, ne? Ne, es war Deko. Ich komm jetzt erst an. Wenn da, liegt aber hinter dir. Du gehörst den Team, Mann, Alter. Der wird heute Abend. Du gehörst den Team. Ha! Ja, aber du hattest mich runtergeworfen. Selbst schuld. Ey, willst du mich verkackeiern? Ja. Kannst du hier nicht auffahren? Ey, ich darf sie rein. Wer ist da Platz, Leute? Marvin, ey, so ein... Da fährt er noch Platz. Oh, Dena hat das jetzt, oder was? Claro, Maro, hey, hey. Marvin ist so ein Fixer, Alter, wirklich. Alter, was ist denn meine Tür los? What the fuck? So ein verdammter Penner, Alter. Ich hab nicht mal die Führung oben geglaubt. Marvin, warten Sie. Ich hab grad eben auch gewartet. Nein. Ey, ist das... Guck mal, das ist der Marvin, Alter. So, aufholen auf Dena. Kommen Sie ab dann, Junge. Kommen Sie ab. Hast du es grad geschafft? Ja. Ja, 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 ja. Ganz gerade oder schon länger? Dena, du musst dir wieder... Boah, ich fahr schon seit 6 Minuten. Jajajajaja. Ah, ich überrunde die Opfer! Das ist von mir so. Er ist erst nur, wenn ich was drehen muss. Loll. Dena passt sich an, er überrundet die Opfer. So läuft das. Scheiße, nicht gepackt. Und kaum passt Dena sich an an den Sprachgebrauch, schon ist er erster. So läuft das bei ihm, ne? Alter, der hat sich ja schmuf gedreht. Oh shit, ich glaub, du kommst da hinten schon, ne? Na, Marvin? Hat dir jemand grad die Reifen zerschossen? Ey, Marvin. Ja, ja, Mann. Seine Sau. Ey, Nico, ich hab den Auftrag gemacht. Oh, das waren meine beiden Versuche. Wenn er das First Try schafft, dann... Ah, nee, da hinten kommt er erst. Habt ihr gehört, Jungs? Ey! Ich war schon da, Marvin zerschießt meine Reifen. Hä? Tja, lass davon. Deko, ich hab den Schmanker... Jetzt lass mich doch mal meinen First Try machen, ihr verfixten Latten. Ohne Schießen hier, ohne Schießen. Doppelte Ziegenpunkte, wer Marvin tötet. Das kann man richtig absahnen. Nein! Ey! Ich hab nicht mal was gemast. Ich hab Angst. Marvin, die doppelte Ziege, Alter. Ist so. Nein! Ich hab's fast First Try geschafft. Und den erwartet er. Der hat's geschafft! Und er macht es auch First Try. Ich hab's auch jetzt. Dina hat es geschafft! Und er ballert jetzt in das verdammte Scheiß-Ziel hinein. Beide Rennen gewinne ich mit Abstand. Was ist denn hier für eine Welt, Alter? Wieso muss ich so viel Leid erfahren, bevor ich mit dieser hier gewinne? Ich verstehe es nicht, Leute. Hat... Als ob irgendjemand von den Zuschauern noch an mich geglaubt hat. Die haben alle gesagt, hör auf mit GTA, du kannst nichts mehr. Du konntest nie was! Ah, du musst auch erst für Dina! Hä? Du musst, glaub ich, immer noch eine Runde, oder? Was? Echt? Noch eine? Drei Runden? Drei Runden? Fuck! Scheiße! Und der hat uns alle jetzt so voll gelabert. Die Haftbomben sind bestimmt schon gezückt, Alter. Dann ist er gleich weg. Fuck! Ich dachte ohne Spaß, dass wir nur zwei Runden... Jetzt wird ihm der Druck zu groß, weil ich bin direkt hinter dir! Verkackst du einmal, verkackst du alles! Ich verkack gar nicht, Kev! Du hältst deine Schnauze! Fuck it! Ja! Der Siegmann hat gemerkt, dass du es nicht ernst warst! Du musst Kessel auf den Arm! Ja! Und der hat das First Try! Nein! Ernst! Ey, Marvin, nur mal... Ist es wahr! Junge! So kommt er ran, Alter! Ist es wahr! Ist es wahr! Ist es wahr! Siegmann, dem hat es nicht gefallen, dass du dich schon in Sicherheit gewogen hast! Und Marvin hat das auch! First Try! Ich hab das gerade eben fast First Try geschafft, Alter! Und bin erst beim WarRide am Ende ab! Aber Marvin ist erst in der zweiten Runde? Ja! Ich hab doch... Ich hab so richtig lange gebraucht bei der ersten Runde! Ich bin aber schon nur noch Dritter, ne? Also irgendjemand muss ich auch noch überholt haben, da! Ja! Gewillig! Ey, ohne Schießen! Ich schieß auch nicht! Och, Mann! Ich hab... Wenn zwei Runden, Alter, hättest... Oh, nein! Nein! Der Druck wird ihm jetzt gerade einfach zu groß! Es war zwei Runden eingestellt! Ich hab extra auf drei gemacht! Hm, ich merk's schon, Alter! Oh, so geil, Marvin! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Lena, du hast es noch! Ich hab mich überdreht! Ja, ja! Und hab den Punkt nicht bekommen! Mann! Verborn, Alter! Ey, werde ich echt noch Zweiter? Ich weiß nicht! Also, Mann, können's alle drei noch schaffen, näher ein Zweiter zu werden! Oh, oh! Marvin, kannst du es schaffen, wenn er jetzt First Trim up! Oh, war eben sieht gut aus! Nein! Ich fall unten runter! Ich... Marvin? Ich nehm diesen Scheiß! Oh, und Dena ist ein zweimal First Trim up! Fuck! Ich will nicht rein, ich will nicht rein! Nein! Ist du mir leid! Aber Dena ist auch drin! Mann! Nur dritter, Alter! Scheiße! Aber war ein geiles Rennen, ey! Da hab ich mich selbst rausgekegelt, ey! Das war dieses Mal auch kein Gott oder Schicksal oder sonst irgendwas! Das war wirklich ich selbst, der es leider noch verkackt hat! Aber zwei gute Runden, ja? Zwei gute Runden! Es war wirklich nice! Und wir sehen uns in der nächsten Runde in einer Sekunde! Also, bis gleich! Bis gleich! So, ihr Lieben! Die dritte Map des heutigen Tages! Wir sind vermutlich unter Wasser! Nein, es gibt einen Sprechen! Nach oben! Ich bin im Seetank versteckt zum Fetten! Alles klar! Oh ja, jetzt sehe ich, dass ich unter Wasser bin! Ich hab ja ein bisschen gebraucht! Nein, das ist ganz normal! Bei mir, die Leute sehen jetzt oben links, die FPS könnte jetzt ein bisschen ruckeliger sein als sonst! Weil ich habe hier einen kleinen stöchischen Problem und GTA-Ausstütz immer ab! Aber jetzt habe ich es mit Fensteraufnahme! Mal gucken, ob es geht! Wie viel FPS hast du denn? Jetzt steht ja gerade 100, ja! Aber ich weiß, beim Rennen wird es bestimmt runtergehen! Es wird schon alles werden! Und hoffentlich stürzt das Rennen hier nicht ab! Ne, 95 nicht ab! Nein, 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 nein! Wolltest du wirklich? Ich habe mich geopfert! Mann! Ich weiß, dass er auch nicht gegenseitig abschießt! Ich habe schon gar nicht mehr Gas gemacht! Ich habe nur noch durchgespannt! Ich habe nur noch durchgespannt! Nur noch durchgespannt! Aber Hauptsache... Wow! Wow! Was? Er hat alle vier genommen? Was für ein Arsch! Ja, und da... Was? Was? Wo kam das denn her? Was ist aus dem Nichts? Ach, dich hat er auch erwischt oder wie? Ja! Ey, Dena hat uns alle erwischt! Los! Geh gast! Wir sind so weit hin! Wir müssen jetzt try on! Alter, gib mir das richtige Radio, yo! Hey Kev, was ist da grad bei dir passiert? Ich schieß nicht! Keine Sorge, ich schieß nicht! Ich muss einfach sagen, Leute! Ne, ich habe dich gar nicht weggekippt! Du hast dich selbst rausgehauen beim ersten Mal! Ihr habt dich nur danach abgeschossen! Aber ich finde diesen Wagen einfach nur so geil, Leute! Also, wenn ich mal irgendwann mal so einen Mclan P1 fahre... Ach, der hat die Rakete gar nicht abgeschossen! Das wäre der A-Team! Überwahnsinns-Hammer-Shit! Was ist denn hier? Ich müsste... Als ob ich die nicht erwischt habe mit der Rakete! Als ob... Als ob... Fahrt jetzt zu mir oder was? Gleich hab ich dich! Kev Potter! Niemals! Oh, ja! Alter, wie weit ist denn Dena schon vor uns? Ey, ist wirklich weit... Weiß auch nicht, soll ich jetzt auf euch warten oder was soll ich machen, ne? Ne, 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 mach mal! Oh, 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 oh! Ziehen sie durch? Oh, fuck! Das ist jetzt ja voll der große... Ach, hier ist der Wall-Ride-Shit! Lange Wall-E-Ride-Mighty! Gut falsch angefahren! Man wird voll schnell auf dem Wall-Ride... Alter, man wird so schnell auf dem Wall-Ride! Uiuiuiui! Nein, ich hatte es voll! Nein, ich hatte nur zwei Meter Anfahrt! Alter, Dena hat den First-Try! Ja, der war auch easy! Ah, also... Junge, Junge, Junge! Ich fahr ja auch mit dem T20! Deko hat auch den First-Try! Ich hab in der Mitte verkackt, weil ich bisschen zu hoch gefahren bin einfach... Aber es gibt immer wieder mehrere... DENER! Ja, was ist los? DENER! Deko kommt! Und dann am Fest! Daddy hat ihn auch! Ey, wie ich das hasse, dass das Radio sich gerade umstellt! Das nervt! Oh, Schatz! Ich geh mal freie Musik an! Alter, Alter! Der kommt da hinten angeflogen! On the run! Ich dachte da hin vielleicht! Aber nein! Und Abfahrt! Fuck! Das hat's euch gehostet! Ich dachte wegen den... Oh, fallet euch ab, man! Mann! Nein! Das war so schnufen! Dann macht das sowas! Nein! Was? Dann macht das sowas! Nein! Ach, da sind sie ja schon wieder, die Rungs! Ey! DENER! Jetzt mit den Mitteln! Dein Ernst! Ey, komm! Was? Fähres Duell hier! Okay, ab jetzt fährst du! Ab jetzt fährst du! Ab jetzt fährst du! Ich mach nix mehr! Wer hat mich da... Alter! Erstmal schieß... Du schieß dich hier nochmal! Nein! Warum, Deko? Warum?! Ich wollte DEN erwischen! Ich hab nach hinten geschossen! Fähres Duell! Ich schieß nach hinten! Ich weiß auch, fehl das Duell! Jetzt wird rasiert! Ey, meine Reifen sind auch kaputt! Mann, bei mir auch! Sowas doofes auch! So eine Lüge! Ne? Die sind nur am Lügen sind die! Oh fuck! Los, 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 los! Aaaaah! Komm! Ey, das kommt aus dem Nichts immer! Kommt doch! Come and me! Wie viel Racki? Wie viel Racki? Ja! Alter! Was für ein Longshot das gewesen sein muss! Ich kann's nicht mehr sehen, aber ich hab ihn getroffen! Geil, Deko! Hauptsache, ey! Er kommt mir so, ne! Waffen activated! Scheiß auf! Alles, Alter! Ey, das... Was ist denn verkehrt mit dir, Kim? Was hab ich mit diesem Scheiß-Streit zu tun? Ja, Leute, das war gut! Du hast du mich abgeschossen! Was ist verkehrt mit dir, Alter? Ey, ich hab ganz... Was ist verkehrt mit dir, du Honk, Alter? Wow, Alter! Kommt schon! Ja! Nein! Er steht 1 zu 1, ne? Verdient einfach nur! Ey, der ist auch immer zu mir gekommen! Wir spielen fair, oder? Du musst Deko abknallen! Äh, dener, meine ich! Ja, knall dener! Man zieht euch! Ach, Kevin ist zweiter! Hä? Ich bin dritter! Wollt schon sagen! Wollt schon sagen, Alter! Nice! Ich hab nur gewundert, wer das dann war, weil du warst doch... Sieh die sich mal! Leck mal nach rechts! Nein! Ich hab mich überdreht! Ja! Aber Dina auch! Dina hat sich auch überdreht! So! Passiert euch! Wenn er jetzt den First Try macht, hat das! First Try Cap! Was? Hä? Ich hab mich da noch gerettet! Ich weiß es nicht! Hat Dina mich gerade die Reifen zerschossen? Nein! Ich muss mich konzentrieren! Nein! Wie fahr ich denn da bitte drauf? Ach, hier wird's geschafft! Das ist scheiße! Aber ich hab mit Vollkacke aufgefahren! Das stimmt! Alter! Dina, weh! Du ziehst jetzt Waffen! Ich zieh gar nicht auf! Fairest Duell! Fairest Duell! Fairest Duell! In der Maustation hier! Au! Ich hasse das! Ich wollte dich nicht rahmen! Ich wollte dich nicht rahmen! Nice! Erwischt hast du mich! Ich wollte das nicht! Mach den! Mach den! Was war das? Ey, du hast 3 oder 2 Runden, Kinder! Alter, du Arsch! Alter, hab ich ihn weggehauen! Ist es dein Ernst? Ich hab ihn so weggehauen! Wie konnte das denn sein? Ich hab den Speed gezündet, Dina! Ich hab mich so weggeknallt! Und, ja, ich mein, okay, aber wenn du auch wegfliegst! Aber wieso fliegst du denn nicht weg? Wieso fliegst du denn nicht weg? Weil ich der Pfeil bin! Weil ich der Pfeil bin! Bingo! Ey, ich freu mich die ganze Zeit! Freudentaumel, ich bin Erster und ich bin Dritter, Alter! Scheiße! Ey, ich war so verwirrt gerade! Ey, ich war extra! Das war so ne geile Stelle, wie ich Dina weggehauen hab! Alter, das war echt krank! Das muss man schon sagen! Das hast du gut gemacht! Alter Zucker! Alter, Alter! Ich hab so viel Troll wieder bekommen! So eine geile Folge! Wer es euch gefallen hat! Definitiv ein Daumen nach oben! Auch bei Dina vorbeischauen! Und bei den Losers! Alles in der Beschreibung! Und wir sehen uns auf allen Seiten wieder! Hier wieder mit Gamepad spielen, Leute! Mit Gamepad spielen! Das ist das Ding! Mach's gut, Leute! Du warst erster, dritter und zweiter, oder? Ich war erster, erster und zweiter, glaube ich! Dann war's auf jeden Fall für die heutige Folge von GTA und an, Leute! In drei Tagen sehen wir uns wieder! Smash den Daumen nach oben! Ich bin wieder dabei! Es freut mich sehr! Ich hoffe wieder auf Spaß beim Zuschauen! Checkt die anderen aus links in der Beschreibung! Und mach's gut! Ciao!